Sie können jetzt gehen! Aber wer hier folgt mir? Habt ihr verstanden? Wir haben verstanden! Also, okay. Keine Bewegung! Ja, wer bist du denn? Was soll denn das? Was ist denn hier los? Ich beraube Sie! Haltet den Mann auf! Haben Sie auf mich geschossen? Nein, du Vollidiot! Die ganze Gegend hier ist voll Polizei! Ungefähr tausend Polizisten sind hier! Sehe ich ehrlich so blöd aus? Ja, allerdings! Sie haben auf mich geschossen! Wo ist Ihre Kanone? Mann, du bist mir doch zugerissen! Du hast mich durchschaut! Ich hab nämlich keine! Der Reifen war noch ganz neu! Geben Sie mir Ihren Schlüssel! Nein, das fass ich doch nicht! Geben Sie den Koffer dem dummen August! Lassen Sie die Waffe fallen und heben Sie die Hände über den Kopf! Wer hat das gesagt? Das ist höchstwahrscheinlich der dümmste Mensch, den die Erde je gesehen hat! Ob wir nicht einfach erschießen, hm? Das war das Police Department! Wirklich? Nein! Wir sind vom städtischen Schützenverein! Grundgütiger! Ja! 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 you Bis zum nächsten Mal.